I'll never drink again And then I drink again Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser Im Gegensatz zu Deutschland hat Amerika natürlich eine Überwachung Wie sie mehrere Länder und alles immer weiter überwachen Die USA Oder im Moment, heißt das USA? Okay, ihr wisst was ich meine Diese Typen, die am Telefon immer mitlauschen CSI heißt es glaube ich Ich bin der Meinung Hätte man Amerika bis heute nicht entdeckt Und man hätte die Ureinwohner in Amerika leben lassen Ich bin der Meinung, hätte man Amerika nie entdeckt Und die Indianer hätten da ihr Leben weitergelebt Dann bin ich fest der Überzeugung Dass diese Menschen, die damals da lebten Heute sowas wie elf wären Ihr ganzen Hater, die mich verarschen Seid genauso schlimm wie diese ganzen Vollidioten Ihr kommt hierher, sprüht alles zu Nervt jeden hier in der Umgebung In den Nachbarschaften, was weiß ich Und macht hier auch ständig Anschläge Der einzige Unterschied ist, dass bei euren Anschlägen keiner draufgegangen ist Noch nicht Lieben Hater, ich würde euch eins mal empfehlen Haltet einfach mal die Fresse Ihr seid genauso Terroristen wie die Terroristen, die irgendwas in die Luft jagen Mit dem einzigen Unterschied, dass noch keiner zu Schaden gekommen ist Bis jetzt Ihr Terroristen Kasper, Alter Hitler ist das beste Beispiel dafür Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen Er hat sogar das Leid von anderen noch verursacht Und hat seinen ganzen Hass, seine ganze Aggression auf eine einzige Gruppe geschoben Und zwar auf die Juden Jetzt sind es nicht mehr die Juden Jetzt bin es ich Ich stehe dazu, was ich gesagt habe Und ich muss ganz ehrlich sagen Ich würde es wieder sagen